Ja, grüß euch. Mein Name ist Georg Mayer. Ich bin heute in Schiedlberg zu Gast bei der Jungen ÖVP. Gefreut mich, dass ich mit den Mitgliedern der Jungen ÖVP und gesunder Gemeinde einen Grillkurs veranstalten darf. Wir machen heute gemeinsam ein viergängiges Menü. Das heißt, ein mediterranes Schwänzfilet auf Rucola-Salat als Vorspeis. Als Zwischengang machen wir geräucherte Lachsseiten und Garnelen mit einem Fenchel Laufgemüse. Als Hauptspeise haben wir Bierkarotten mit Kartoffelkrötein und Steak dazu, die Königsklasse beim Grillen. Und als Nachspeise, dass auch etwas Süßes dabei ist, ein Heidelbeerkuchen mit einem Beerenmus und Schlagobers. Jetzt natürlich, wo wieder die Grillsaison vor der Tür steht und jeder schon wieder drauf brennt, dass er grillen darf, ein paar Sachen vielleicht ganz kurz. Wenn ihr eine Grillparty geplant habt, habt ihr, bitte fangt ihr bald genug an. Die Vorbereitung ist alles, dass ihr nicht nachher im Stress kommt, dass ihr Strom kommt. Eine Gabel hat beim Grillen nichts verloren. Nehmt ihr eine Zange, aber keine Gabel. Das Fleisch sollt ihr nicht anstechen, da wird es nur trocken. Und grillt ein bisschen abwechslungsreich, dass ihr nicht immer dasselbe macht. Wir haben so viele herrliche Lebensmittel in Österreich. Grillt euch quer durch, dann habt ihr sicherlich auch viel Spaß. Grillt euch öfter, gutes Gelingen und Feuer frei. Păt euch. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.